Hallo! Lupe, Mikroskop und Fernrohr. Was haben die drei Instrumente gemeinsam? Wie sind sie aufgebaut? Und wie funktionieren sie? Wofür werden sie eingesetzt? Und was hat das alles mit dem menschlichen Auge zu tun? Antworten auf diese Fragen bekommst du in diesem Video. In alten Krimis verwenden Kommissare gerne eine Lupe, um einen Gegenstand nach Fingerabdrücken abzusuchen. Die vergrößernde Wirkung einer Lupe kann sehr hilfreich sein. Aber wie funktioniert eine Lupe überhaupt? Eine Lupe ist ein krumm geschliffenes Stück Glas. Wenn du zum Beispiel einen Bleistift vor dir liegen hast, dann reflektiert der das Licht der Umgebung. Dieses Licht fängt dein Auge auf und du erkennst den Bleistift. Wenn du nun eine Lupe über den Bleistift hältst, wird das Licht durch die Wölbung der Lupe gebrochen und der Bleistift erscheint dir größer, als er in Wirklichkeit ist. Ein solches speziell geschliffenes Stück Glas nennt man Linse. Mit einer Lupe kann man Dinge 10 bis sogar 20-fach vergrößern. Will man aber ganze 400-fach vergrößern, schafft das eine einfache Lupe nicht mehr. Die Lösung ist eine Vergrößerung einer Vergrößerung durch zwei Linsen. Und nichts anderes passiert auch in einem Mikroskop. Schaust du dir dein Objekt mit dem Mikroskop an, so wird das Bild zuerst durch eine der verschiedenen Linsen im Objektiv vergrößert. Doch im Okular hinter dem Objektiv befindet sich eine weitere Linse, die deine Vergrößerung noch einmal vergrößert. Hast du beispielsweise nun mit deinem Objektiv 40-fach vergrößert und dein Okular vergrößert 10-fach, dann erhältst du eine 400-fache Vergrößerung deines Objekts. Die Linsenvergrößerungen werden einfach miteinander multipliziert. Damit du jedoch dein Objekt unter dem Linsenmikroskop sehen kannst, darf es nicht zu dunkel sein. Darum sollte dein Objekt auf dem Objektträger schön dünn geschnitten sein, damit es gut durchleuchtet werden kann. Ebenso wichtig ist ein dünner Schnitt, um dein Objekt scharf sehen zu können. Mit dem Einstellrad kannst du die Linsen leicht verschieben und dein Bild scharf stellen. Legst du bemalte Glasplatten mit etwa drei Fingerbreiten Holzkötzen dazwischen übereinander auf einen Projektor, dann siehst du, dass du nur eine Ebene der Glasplatten scharf stellen kannst. Mit dem Einstellrad kannst du dann zwischen den Ebenen wandern. So auch bei deinem Objekt beim Mikroskopieren. Je dünner das Objekt, desto schärfer und genauer das Bild. Lupe und Mikroskop sind in der Biologie sehr hilfreiche Instrumente zur Beobachtung von sehr kleinen Dingen. Auch ein Fernrohr ist sehr hilfreich, um zum Beispiel Vögel oder andere Tiere aus der Ferne zu beobachten. Ein Fernrohr funktioniert auch über Linsen und kann wie ein mobiles Mikroskop betrachtet werden, nur dass du dein Objekt nicht präparieren oder von der Rückseite beleuchten musst. Das erste Fernrohr bestand aus zwei speziell geschliffenen Linsen, die in einem Rohr hintereinander angebracht waren. Durch die Linsen wurde das Licht so gebrochen, dass man Dinge, die weit entfernt waren, optisch heranziehen konnte. Moderne Fernrohre enthalten meist ein ganzes System aus Linsen und Spiegeln. Aber der Zweck ist der gleiche. Kleine oder weit entfernte Dinge besser sichtbar zu machen. Mit Hilfe von Fernrohren konnten Menschen auch erstmals Sterne näher beobachten. Solche Instrumente nennt man Teleskope. Und was hat das alles mit dem menschlichen Auge zu tun? Das wichtigste Element des Auges ist auch eine Linse. Sie ist jedoch nicht starr, sondern ein mit einer klaren Flüssigkeit gefüllter, beweglicher Körper. An der Linse befestigte Muskeln können diese dann durch das Anspannen der Muskeln in ihrer Form, d.h. in der Linsenkrümmung, verändern. Je nachdem, ob du nah oder fern sehen magst, wird durch die veränderte Linsenkrümmung das Gesehene scharf gestellt. Das Licht, das in unser Auge fällt, wird von dieser Linse gebrochen und verkleinert auf die Netzhaut dahinter projiziert. Das Bild wird dann an das Gehirn weitergeleitet. Lupe, Mikroskop und Fernrohre sind optische Geräte, die aus einer oder mehreren gekoppelten Linsen bestehen. Sie ermöglichen uns, Dinge, die klein oder weit weg sind, näher betrachten zu können. Und auch dein Auge besitzt eine Linse, die es dir durch ihre Verformbarkeit ermöglicht, scharf sehen zu können. Bei einem Mikroskop tust du das ganz einfach mit dem Scharfstellrad. Je dünner dein Präparat, desto schärfer kannst du es sehen. Tschüss!